Bin ich voll erwerbsgemindert, wenn ich 20 Stunden in der Woche die Schule besuche? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 26. August 2022 eine interessante Anfrage auf Internet bekommen oder über das Internet bekommen. Meine Frage an Sie. Gefährdet ein 20-stündiger Schulbesuch in der Woche die volle Erwerbsminderungsrente? Fragezeichen. Meine Antwort ja. Vollerwerbsgemindert ist man, wenn man weniger als drei Stunden pro Tag eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen kann. Wer 20 Stunden in der Woche zur Schule geht und eine volle EM-Rente bekommt, der ist nicht mehr voll erwerbsgemindert. 20 Stunden in der Woche Schulbesuch bedeutet ja nicht nur 20 Stunden, dass man da dort sitzt und angestrengt zuhört, sondern man muss auch zur Schule kommen, hat dort Fahrzeiten und auch man muss dann nach der Schule noch lernen. Das heißt also, wenn die deutsche Rentenversicherung feststellt, dass Sie eine Schule besuchen und eine Erwerbsminderungsrente haben und mehr als 20 Stunden in der Woche da den Schulbesuch machen, ist Ihre volle EM-Rente definitiv in Gefahr. Das heißt also, Sie müssen davon ausgehen, dass die Erwerbsminderungsrente Ihnen weggenommen wird. Gegebenenfalls wird dann sogar geprüft, ob Sie überhaupt noch erwerbsgemindert sind und es kann sogar sein, dass Sie noch nicht einmal mehr eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung dann bekommen würden. Daher muss Ihnen klar sein, wenn Sie mehr als drei Stunden pro Tag in einer Schule verbringen und lernen, sind Sie nicht mehr voll erwerbsgemindert. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank für's Zuschauen.